Jo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video auf KuchenTV Uncut. Richtig, lasst ein Like und ein Abo da. Nicht vergessen, ich habe hier mir noch einen Skier rausgesucht, der seit 8 Tagen abgelaufen ist. Ja, aber er sieht wunderbar aus, ganz normal. Irgendwann habe ich angefangen, meine Faulheit, ich nutze viele Lebensmittel einfach nicht und ich habe die früher mal weggeschmissen. Aber irgendwann dachte ich mir so, Bro, ganz ehrlich, deine Faulheit, das kannst du nicht mehr machen. Deswegen esse ich den. Und ja, wir gucken uns heute an. Schuyuka gegen KuchenTV, LG Hamburg Entscheidung zur Thematik Terroristen liegt vor. Das ist schon etwas älter, er hatte mich gefragt, ob er den Schriftsatz dazu haben kann. Ja, und deswegen gucken wir uns das hier nochmal an. Ja, heute kehren wir mal zu einer Sache juristisch zurück, mit der wir uns ja häufiger befasst haben. Und zwar geht es um die Kontrahenten KuchenTV und Schuyuka. Ja, wir befassen uns mit dem Beschluss bezüglich der Terrorismusgeschichte. Und willkommen zu diesem heutigen fantastischen Video, Alex Boos. Der Gossip-Anwalt, der keiner mehr ist, ist zurück. Die Nanoleaf sind immer noch kaputt. Ja, Gossip-Anwalt, nein, das nicht. Aber wir wollen juristisch die Entscheidung weiter begleiten. Und es gab ein ein, zweitiges Verfügungsverfahren von Pia Scholz gegen Tim Heldt. Ja, Schuyuka gegen QTV insoweit. Und es ging um die Thematik Terroristen. Ist ja schon mehrfach durch alle möglichen Kanäle gegangen. Bei allen Streamern des Vertrauens konnte man es sehen. Bei Twitter haben sich die Meldungen überschlagen. Und dann war immer die Frage, was ist denn da genau im Einzelfall? Was ist untersagt und was nicht untersagt? Und wie kann man es am besten klären und juristisch objektiv das Ganze machen? Man schaut sich die Entscheidung an. Und hier ist sie. Wieso bin ich jetzt hier im Bild? So, und da heißt es. Am 18.09. ohne Mündliche Warnung ist hier untersagt worden. Das Ganze ist vom Landgericht Hamburg. Und zwar wird dem Antragsgegner, also Tim Heldt im Wege der Einzweiligen Verfügung, blablabla, untersagt, die nachfolgend wie bei gegebenen Äußerungen über die Antragstellerin öffentlich zugänglich zu machen und oder zugänglich machen zu lassen, wie geschehen im YouTube-Video so und so. Und zwar geht es um die Äußerung. Schuyuka unterstützt hier also anscheinend eine Seite, die von einer Gruppe eröffnet worden ist. Und dann wird untersagt, die Anschläge gegen andere gestartet hat. Schuyka, Sandy, danke schön. Und dann, nächster Satz, die arbeitet einfach mit und untersagt Terroristen zusammen, weil sie mich noch mehr hasst als untersagt Terroristen. Im Übrigen wird der Antrag auf Erlass einer Einzweiligen Verfügung zurückgewiesen. Von den Kosten des Verfahrens Antragstellerin zwei Drittel und der Antragsgegner ein Drittel zu tragen. Hier oben hat man jetzt was offen gelassen. Und das heißt für mich, da wollte man dann noch was anderes untersagt haben. Ging wohl um zwei oder drei Anträge. Man streitet sich ja so ein bisschen in den sozialen Medien, ob es jetzt zwei oder drei waren. Ich habe es ein bisschen so geäußert, dass es wohl zwei waren, aber dass in dieser einen, die nicht durchgegangen ist, dass da das Gericht das wohl gesehen hat, dass da zwei Sachen drin waren. Das werden wir gleich sehen. Deshalb hat das Gericht sich das relativ einfach gemacht, hat das gedrittelt. Und wenn dann eine durchgeht, sagen die eben ein Drittel, zwei Drittel. Ich habe gesehen, man hat auch nochmal versucht, das juristisch zu kippen. Das hat wohl nicht funktioniert, soll uns aber heute nicht weiter interessieren. Also Terroristen untersagt und Anschläge gegen andere gestartet, hat auch untersagt. Also das darf er nicht mehr sagen. Er wird dagegen nicht in den Rechtsgrund gehen. Und sage ich auch nicht mehr. Habe ich schon gehört. Er hat eine Meinung vertreten, dass er keine Lust mehr hat auf diese juristischen Dinge. Und ich muss dazu sagen, ich kann das unterm Strich auch verstehen. Er sagte, dass er, ich glaube, waren es 25 Prozent seiner Umsätze, ich weiß es nicht genau, in welchem Zeitraum, einen Anwälte gesteckt hat. Also es war von einem sechsstelligen Betrag die Rede. Ja, ich habe dieses Jahr, also ich habe es jetzt nicht mehr weitergerechnet, aber vor einem Monat 25 Prozent meines Umsatzes, also alles, was ich verdient habe dieses Jahr, zack, direkt an Anwälte. Und ja, das sind halt schon über 100.000 Euro. Das ist natürlich nicht nur Schuyoka, das muss man dazu sagen, da ist auch Müller-Römer mit drin und irgendwas anderes war da auch noch mit drin und so. Das darf man nicht vergessen, aber ich finde das halt Quatsch so. Weil guck mal, das Ding ist, zum Beispiel jetzt mit diesem Terroristen-Ding. Okay, safe, Entschuldigung, dass ich das so dargestellt habe. War drüber, stimmte nicht, ich war nicht gut informiert. Tut mir leid, passiert mir nicht nochmal. So, warum soll ich halt jetzt dagegen vorgehen? Also selbst wenn ich wüsste, in der nächsten Instanz gewinne ich, sagen wir mal, es wäre safe, ja? Der Richter würde jetzt anrufen und sagen, Bro, geh dagegen vor, du gewinnst auf jeden Fall. Wozu? Das ist ein Satz, den ich sowieso nie wieder droppen werde. Das ist ein Vorwurf, den ich Schuyoka nicht mehr machen werde. Wozu soll ich dann weiter Geld da einsetzen, um gegen etwas vorzugehen, was mir sowieso egal ist? Ja, okay, dann darf ich das halt nicht mehr sagen. Ist jetzt auch kein Nachteil für mich. Aber ich müsste halt wieder eine wahrscheinlich fünfstellige Summe an Geld investieren, um dagegen vorzugehen. Ja, dann ist es mir doch egal. Nicht jetzt nur wegen Schuyoka oder sowas, sondern er hatte ja auch die Twitch-Auseinandersetzungen und verschiedene andere Dinge, also viel, viel Geld. Und wenn man Twitch mal rauslässt, dann ging es ja immer nur, egal ob er es jetzt angefangen hat oder ob Schuyoka gegen ihn gegangen ist, ging es ja immer um einzelne Dinge, die man halt untersagen wollte. Und er hat für sich, glaube ich, erkannt, dass ihm das Geld nicht wert ist. Und das kann ich unterm Strich auch verstehen. Das ist halt das Problem, wenn du Anwälte hast, die eben teuer abrechnen, dass du dir jeden Sieg eben hart erkämpfst, dass du nicht dein volles Geld wiederbekommst. Und gerade wenn viel hin- und hergeschrieben wird und Stundensätze entsprechend da sind, dann bist du da sehr schnell in Bereichen, die diese Streitwerte überschreiten. Ja, Streitwert hier 15.000 Euro, das Ganze ohne mündliche Verhandlungen auch ergangen. Das heißt, dann hättest du nur eine 1,3 Gebühr. Bei 15.000 Euro bist du dabei, ich gucke gerade mal meinen schlauen Rechner, wärst du da bei 1130 Euro Anwaltskosten plus die Gerichtskosten. Oh, danke schön für den Prime-Sack. Wo sind wir da? Sind wir knapp bei 450 Euro, da warst du eine 1,5 Gebühr, wenn es ohne mündliche Verhandlungen tatsächlich ergeht. Und mit einem Stundensatz von 500, 600 Euro bist du eben, ja, eigentlich nach zwei Stunden schon über dieser gesetzlichen Vergütung, die du hier wiederkriegst. Ja, das ist halt leider das Problem. Gute Anwälte kosten halt leider. Und ich bin wirklich super happy mit Dr. Nixarafi und mit den Anwälten von der Höckerkanzlei zusammenzuarbeiten, weil das beides top Anwälte in Deutschland sind. Ja, man kann es nicht anders sagen. Also, dass Sarafi es geschafft hat, dass ich bei Twitch gewonnen habe, mega. Der hat sich da Todes reingehauen. Auch die Höckeranwälte haben schon Dinge wunderbar geregelt. Aber ja, es kostet halt einfach Geld. Und ich weiß nicht, ich muss jetzt ja auch bald meine Steuern nachzahlen oder ich zahle jetzt schon immer monatlich halt was ein. Und ich habe halt irgendwie keine Lust mehr, mein Geld immer so zu verschwenden, weil ich frage mich immer, wo mein Geld hin ist. Aber dann habe ich halt irgendwelche Gerichtsverfahren, die mich zum Beispiel dieses Jahr alleine schon über 100.000 Euro gekostet haben. Also, wozu? So, ich habe ja nicht mal was davon. So auch zum Beispiel, ich ärgere mich auch jetzt im Nachhinein darüber, dass ich Schöcker dafür abgemahnt habe, mit diesem, dass sie mich rechtsradikal genannt hat. Oder ungefähr so. Weil ich mir halt auch so denke, Bro, selbst wenn ich gewonnen hätte, ja, was hätte ich mir davon kaufen können? So, es ist ja eigentlich gut, wenn sie so übertreibt, weil ich das super in Videos benutzen kann. Also, eigentlich schade ich mir sogar, wenn ich ihr das untersage. Weil je öfter die das sagt, desto besser kommen die Videos an. Nein, die 15.000 Euro ist nur der Streitwert, woraus sich die Kosten festsetzen. Keiner muss 15.000 Euro zahlen. Und ich weiß, ich bin momentan noch echt süchtig, danach bei Trade Republic zu investieren. Zum Beispiel, ich liebe das, weil es auch einfach läuft bei mir. Und ja, dann will ich halt mein Geld nicht die ganze Zeit für Müll raushauen. Ja, die Kosten kann ich absetzen, klar. Aber also, ich bleibe ja trotzdem auf voll viel sitzen. Also, wenn ich einen Steuersatz von 45 Prozent habe, dann muss ich ja 55 Prozent trotzdem selber zahlen. Würde es in dem Fall, werden die Kosten gekodelt, also zwei Drittel zu ein Drittel. Wir schauen mal in die Entscheidung rein. Das mit den Terroristen, sage ich schon vorneweg, kann ich mitgehen. Aktien, ETFs, ich habe jetzt für 400 Euro mitgeholen. Die haben auf eine mündliche Verhandlung tatsächlich verzichtet. Das machen nicht alle Gerichte, aber die haben das gemacht. Und Antragstellerin steht aus der TNOR sich die Unterlassungsanspruch zu. Verletzt die Antragstellerin in ihrem Persönlichkeitsrecht? Jawohl, kann ich auch mitgehen. Der Antragsgegner stellt die Behauptung auf, dass die Antragstellerin mit Terroristen kooperiere, die die Website Kuchenfalls betreiben. Das war ja der Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Dabei geht der maßgebliche, unvoreingenommene und unverständige Durchschnittszuschauer unter Berücksichtigung des konkreten Kontexts, Durchschnittsrezipient, in dem die Verwendung des Wortes Terrorist steht davon aus, dass es sich um solche Terroristen handelt, welche vom Verfassungsschutz beobachtet werden und zudem Anschläge verügt haben. Also wir haben das richtig auch noch definiert. Auch wenn der Antragsgegner diese Information als von dritter Seite kommend darstellt, so macht er sich diese aus Sicht des Durchschnittszuschauers zu eigen, da er die ihm zugetragenen Informationen dahingehend wertend zusammenfasst, dass er die Betreiber der Seite Kuchenfalls als Terroristen einordnet und damit von der Wahrheit der ihm zugetragenen Information ausgeht. Für den Wahrheitsgrad dieser Behauptung, also haben die als Tatsachenbehauptung qualifiziert, auch zutreffend aus meiner Sicht, kann man so machen, ist der Antragsgegner aufgrund der Eheabträglichkeit der Äußerung Darlegungs- und Glaubhaftmachungs belastet. Also Beweislast in dem Fall beim Antragsgeg. Wie gesagt, also den Punkt sehe ich ein, war unnötig, das zu sagen. Da hat man ein bisschen wenig Zeit einfach in die Recherche gesteckt. Safe, gebe ich schon Joka, ist in Ordnung, werde ich halt nicht wiederholen. Also bei KuchenTV, einen solchen Beweis kann er natürlich schwer erbringen und deshalb verliert er hier dieses Verfahren. Wenn man es als Meinungsäußerung einordnen wollte, weil man sagt, was ist ein Terrorist und so, ist auch ein bisschen schwierig zu definieren, dann hätte man es vermutlich über den Weg einer sogenannten Schmähkritik gelöst. Also überrascht mich jetzt nicht sonderlich diese Entscheidung. Schauen wir mal oben rein, wie er es genau gesagt hat. Schoyecker unterstützt hier also anscheinend. Okay, das war also noch ein bisschen auf seiner Seite mitschwingend, dass er sagt, wahrscheinlich, ja, so. Das Gericht hat aber trotzdem gesagt, dass aufgrund dieser zweiten Aussage, nämlich an die arbeitet, einfach mit Terroristen zusammen, dass er sich das eben doch entsprechend zu eigen gemacht hat. Ja, ja, ich habe auch gesagt, so ja, mit dem Wort anscheinend, so, das ist ja dann irgendwie so ein bisschen halt noch eine Meinung. Kann aber schon verstehen, dass es natürlich dann trotzdem irgendwie eine übertriebene Aussage ist. Wie gesagt, ist geschenkt. Also kann man, kann man so sehen, habe ich keine Entscheidung. Nimmst du mit. Wie geht es weiter? Das sind jetzt die Sachen, die dann nicht untersagt wurden. Soweit sich die Antragstellerin, also Schoyecker, dagegen wendet, dass der Antragsgegner davon spricht, dass sich mit den Betreibern der Seite, dass sie, soll das wohl heißen, dass sie mit den Betreibern der Seite, die können nicht mal richtig schreiben, zusammenarbeite, beziehungsweise diese unterstützte. Also das wollte sie wohl auch untersagt haben, beziehungsweise hat das anwaltlich versucht zu untersagen. Ich war vor zwei Wochen schon krank. Da besteht kein Unterlassungsanspruch. Ja, das scheint mir auch schon jetzt stimmig. Der Antragsgegner hat dargelegt, dass die Antragstellerin in ihren Beiträgen auf Beiträge der Seite Bezug nehme und sich damit einverstanden gezeigt habe, dass ihr Name in den Beiträgen der Seite kuchenfalls benutzt werde. Weiterhin kündigt sie unstreitend die einzelne Beiträge der Seite an. Und das kann der Antragsgegner dann eben als unterstützen, beziehungsweise zusammenarbeiten, bewerten. Ja, okay, das kann man... Ja, also ich meine, also guck mal, weißt du, das sind aber wieder so Dinge, also ich meine, bei dem Terroristen-Ding zum Beispiel sage ich ganz ehrlich, ja, okay, safe, da kann ich da Shuyoka verstehen. Das ist halt ein Satz, den ich auch nie wieder gejobbt habe. Im Endeffekt musste ich jetzt fünf Sekunden aus einem Cake-News rausschneiden, was zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon zwei Monate alt gewesen ist oder so. Kommt sogar hin, eineinhalb, zwei Monate, glaube ich, wo ich mir auch so denke, ja, was hast du halt jetzt gewonnen? Ne, und sie muss sogar zwei Drittel der Kosten zahlen, davon mal ganz abgesehen, wo ich mir so denke, ey, wir beide haben da so viel Geld verbraten, wozu? Ne, Biggie, dankeschön für den Tier-One-Sub. So, das ist halt einfach komplett unnötig gewesen. Ich sag mal, bei dem Punkt kann man vielleicht sogar noch sagen, okay, es hat sie wirklich gestört, dass dieser eine Satz in diesem einen Video, was niemanden interessiert hat, drin gewesen ist, aber dass sie halt abgemahnt hat, dass ich gesagt habe, dass sie mit Kuchenfights zusammenarbeitet. Wenn sie selber in dem Stream sagt, dass sie gefragt wurde, ob sie mit denen, also ob die da auf der Seite mit drin sein darf, also genannt werden darf, und sie gesagt hat, ja, safe, so, ich unterstütze die Seite, ich stelle die vor. Natürlich, das ist doch quasi eine Zusammenarbeit. Also, weißt du, das sind so Punkte, die check ich nicht. Wenn sie jetzt nur gegen diese eine Terroristen-Aussage vorgegangen wäre, Digga, fein, Digga, nimm mit, aber warum will man mir das verbieten? Und was für ein Anwalt berät dich dazu und sagt so, ja, safe, also das gewinnen wir auf jeden Fall, da bin ich mir zu 100% sicher. Unterm Strich auch mitgehen, denke ich, das ist auch verständlich, da muss man nicht viel zu erklären, oder? Ansonsten fragt jetzt nach. Ah, fragt keiner. Okay. Okay, und jetzt kommt das zweite, und deshalb wohl auch die Zweidrittel-Quotelung dann, weiterhin keinen Anspruch, dass der Antragsgegnis unterlasse, die Äußerung, ey, ja, das ist ja so cool, das nutze ich auf jeden Fall, als ein von ihr kommendes Zitat darzustellen. Ah, ich erinnere mich, also man wollte ja, er hatte dieses Zitat da genutzt und hat das so ein bisschen hingedreht, als hätte sie das gesagt, und da hat sie eben gesagt, Digga, ich habe das nicht so hingedreht, als hätte sie das gesagt. Also, ja, naja, also, okay, irgendwo schon, klar, aber ich habe jetzt nicht gesagt, irgendwie, das ist ein Zitat oder sowas, ne? Du zitierst mich da falsch, ja, sowas habe ich nicht gesagt. Der Gericht sagt dazu, auch wenn sie sich unstreitig nicht mit eben diesem Wortlaut geäußert hat, also sie hat das nicht so gesagt, ja, unstreitig und auch unter Berücksichtigung der anzusetzenden strengen Maßstabs bei der Wiedergabe von Zitaten an anderen Personen, ja, also wenn du sowas zitierst, dann muss das in der Regel auch korrekt sein. Gericht sagt, ist nicht ganz korrekt, ja, hat sie so nicht gesagt, also ist nicht korrekt, so muss man es richtig sagen, aber trotzdem verletzt die vorliegende getätigte Äußerung nicht den sozialen Geltungsanspruch der Antragstellerin, denn diese hat sich ausweislich des vorgelegten Videos wie folgt geäußert, also im Halbchen, wie der Streams oder Videoausschnitte vorgelegt und ich wurde als Betroffene kontaktiert und gefragt, ob das okay für mich ist, dass ich darin auftauche und ich war so begeistert davon, dass ich gesagt habe, alles klar, ich werde die Seite auch gerne vorstellen und genau das werden wir heute machen. Ja, das war, glaube ich, zu Beginn. Ja, und da steht ja auch, dies entspricht dem Aussagegehalt, dem vermeintlichen Zitat. So, vor allem, also, ich meine, ich frage mich auch, was hätte Shuyoka im Stream eigentlich gesagt, wenn sie da gewonnen hätte? Ja, haha, der Kuchen-TV, der hat mich nämlich ganz schlimm falsch zitiert. Also, was, Digga, das ist halt, also ich, ich blick das halt wirklich nicht, also selbst, wenn sie das gewonnen hätte, so Digga, hä, also was, das ist ja nicht was Schlimmes, ne, wie gesagt, also inhaltlich war es ja trotzdem richtig, was ich gesagt habe, ne. In dieser Kuchen-Files-Ära, sage ich mal, und das Gericht sagt hier, dies entspricht dem Aussagegehalt, dem vermeintlichen Zitat, ja, sogenannter Geltungsanspruch, das beschäftigt sich mit diesen Sachen, also Zitat, muss nicht ganz wörtlich sein, sondern dieser grundsätzliche Aussageinhalt, der muss eben passen, und das hat dem Gericht hier gereicht, also die haben gesagt, das was sie... Ja, ja, er hat gelogen, ich habe gar nicht gesagt, das ist so cool, das nutze ich auf jeden Fall, ich habe, ich habe gesagt, ich wurde als Betroffene kontaktiert und gefragt, ob das für mich okay ist, dass ich da auftauche, und ich war so begeistert davon, dass ich gesagt habe, alles klar, ich werde die Seite auch gerne vorstellen, das ist was ganz anderes, was KuchenTV gesagt hat, einfach nur, um meinen Ruf zu schädigen, ich finde das nicht cool. Hier unten sagt, ich war so begeistert davon, dass ich gesagt habe, alles klar, ich werde diese Seite auch gerne vorstellen, dass das eben sinngemäß den gleichen Aussagehalt hat, wie ey, das ist ja so cool, das nutze ich auf jeden Fall, so hat das das Gericht entschieden. Also, ich weiß jetzt leider natürlich nicht, das kann ich hieraus nicht entsehen, da müssten wir die Abmahnungen kennen, wie man es genau abgemahnt hat, beziehungsweise nicht die Abmahnung, sondern die Antragsschrift bräuchte ich. Habe ich aber nicht, da würde dann drinstehen, was genau die da angegriffen haben. Ich finde es widerlich, dass du einen 8 Tage abgelaufenen Skier isst. Erstmal isst, schreib mal mit 2 S, Rianico, ich weiß Deutsch, das ist nicht so deine Stärke, aber Bruder, Skier abgelaufen, wie lange haltbar? So, damit das jetzt ja einmal geklärt ist. Kann man Skier abgelaufen essen? Wenn alles in Ordnung ist, keine Schimmelbildung, ersichtlich ist, kannst du den Skier noch probieren, um zu gucken, ob es geschmackgleiche Abwechung gibt. Das Ding ist, das hält sich, also dadurch, dass das ja hier so Sahnequark oder sonst irgendwas, ist keine Ahnung, ich bin kein Koch, hält sich der länger, bis zu 2 Wochen länger einfach. Und Noah hat gestern auch einen gegessen und dem ging es auch gut. Ja, es heißt, mindest haltbar und nicht tödlich ab. Ja, das darf man nicht vergessen. Skier ist Käse, ist mir egal, was es ist, Hauptsache Proteine. Wie sich das hier auch darstellt, war es tatsächlich nur, waren es 2 Aussagen insgesamt, ja, eine ist durchgegangen, die andere nicht. das essen lassen. Digga, seid ihr doof? Bruder, ihr macht das einfach auf und ihr seht doch, ob da Schimmel drin ist oder nicht. Digga, jetzt mal wirklich, also was ist denn mit euch? Wenn ich den aufmache und da ist was Grünes drauf, dann würde ich den halt auch nicht essen. Aber Sachen, also das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja wirklich, also das, das was mindestens eingehalten werden muss. Ich glaube, ansonsten können die sogar rechtlich belangt werden oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie genau da die Regelung ist. So, aber keiner wird das ja auf den Tag genau ungefähr so machen, sondern die sichern sich ja ab. Einfach, indem die das viel früher machen. Ich habe, ich habe schon mal einen Skill gegessen, der bestimmt schon 2 Wochen abgelaufen ist. Happy, danke für den Prime-Sub. Bruder, ich habe mit Noah am Wochenende Eier gegessen, die am 2.10. abgelaufen sein sollten. Aber, und das ist ein Trick, den ich euch zeigen kann, du machst ein Glas voll mit kaltem Wasser und packst das Ei rein. Wenn es nach oben schwimmt, dann ist es schlecht, dann musst du es wegwerfen. Wenn es nur so gerade liegt, dann musst du es einfach nur sehr gut erhitzen. Und wenn es unten liegen bleibt, ist es noch gut. Digga, das ist halt, Junge, was soll ich euch sagen, ja? Und es ist auch nichts passiert, deswegen, Alter, labert mich nicht voll. In dieser 2. Aussage muss dann wohl das in einem gefallen sein. Das mutmaße ich jetzt so. Ja, ich sehe es ja nicht. Aber wie auch immer. Also kann man juristisch hier alles mitgehen? Kommt aus Hamburg, kann man wenig gegen sagen. Rechtsmittel von Seiten, KuchenTV wird es keins geben. Ich weiß nicht, was die andere Seite macht, ob die nochmal hier vor das OLG in Hamburg gehen. Auch da können ja manchmal andere Ergebnisse rauskommen, hatten wir gesehen im Verfahren. Was war das denn? Huch gegen Freiraum-Reh. Das lief ja bis vor das OLG. Warten wir einfach mal ab. Also so ist das. Wieder ein teures Verfahren mit relativ wenig Kostenerstattung hier. Und wie gesagt, noch dazu Kostenquotelung. Das macht es dann natürlich für beide Seiten noch ein bisschen unschöner. Für die Seite, die nur ein Drittel der Kostenerstattung bekommt, also Shoyoka ist das in dem Fall, KuchenTV kriegt ja zwei Drittel, ist es dann noch ein bisschen unschöner. Aber ich sage mal, das macht in diesem Bereich, ich habe ja gesagt, eine Anwaltsgebühr von 1,3 liegt hier bei dem Streitwert. Also wie gesagt, ich sehe den Sinn nicht dahinter, dass Shoyoka dagegen vorgegangen ist. Also beim ersten Punkt, okay, fair enough. Manetto, die Leute sind ja aus meiner Sicht vorsteuerabzugsberechtigt, dann sind das knapp 950 Euro. Das wird dann in einen Topf geschmissen quasi, also zweimal die 950, machen wir 2000, 2500 vielleicht mit den Gerichtskosten und davon dann zwei Drittel zu Lasten von Shoyoka und ein Drittel zu Lasten von KuchenTV. Da müsste sie dann noch 15, 1600 vielleicht bezahlen, ich weiß nicht genau, habe es jetzt nicht gerechnet. Aber ich sage mal, das macht den Bock dann auch nicht fett und für KuchenTV, der kriegt dann 1600 Euro von den, weiß ich nicht, paar Tausend an die er hier reingesteckt hat. Und ich habe gesehen, das Verfahren wird nicht von Sarafi hier begleitet auf Seiten von KuchenTV, sondern das haben andere Anwälte gemacht, die Kanzlei Höcker. Und die sind auch nicht gerade billig. Von daher ist für beide Seiten kostenmäßig nicht schön. Selbst wenn eine Seite komplett gewonnen hätte, wäre es kostenmäßig nicht schön. Also das muss man sich halt einfach überlegen. Wie gesagt, das mit den Terroristen verstehe ich, das ist sicher zutreffend so beurteilt. Der Punkt wird auch in jedem Fall rechtskräftig werden. Wenn KuchenTV sagt, er geht nicht dagegen vor, dann ist der erledigt. Er sagt dann halt, ich sage es nicht mehr. Ja, eben. Also guck mal, das ist halt auch, das ist auch das Ding, wo ich mir so decke, es macht sowieso keinen Sinn. Also okay, fair enough, Schuyukka hat mich ja dann sogar nochmal wirklich rechtsradikal genannt. Also wenn ich da gewonnen hätte, hätte sie das nicht droppen dürfen. Wahrscheinlich vielleicht. Ich weiß nicht, ob das dann ein anderer Punkt wieder ist, weil ich darf das, also ich darf ja nur genau das nicht sagen. Aber in einem anderen Bezug, oder wenn ich den Satz anders nenne, mit einem anderen Inhalt, dürfte ich ja auch das Wort Terroristen weiter benutzen. Das darf man beispielsweise auch nicht vergessen. Und ja, deswegen weiß ich nicht. Ich finde, ich mache das halt meistens keinen Sinn dagegen vorzugehen, weil jetzt hat sie mir einmal in eineinhalb Jahren einen Satz verboten, den ich ja wirklich nur einmal in einem Cake News genannt habe und bleibt auf tausenden Euro sitzen. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass Schuyukka das Urteil ließ und sich so denkt, ja mein Digga, geil, jetzt erstmal meinen Anwalt bezahlen und das Gericht bezahlen. Ich habe hier so gewonnen, Digga, KuchenTV, der wird sich das aber nicht nochmal trauen. Und okay, ja, ich traue mich nicht nochmal das zu sagen, fair enough. Was heißt trauen so, ist aber unnötig. Aber ja, ich sehe, wie gesagt, einfach keinen Sinn dahinter. Ist das so? Und wenn die andere Seite noch dagegen vorgeht, dann wird es jetzt eben nochmal teurer und für ihn natürlich auch, wenn er sich dann da entsprechend wehren muss. Also, schauen wir mal, wie es weitergeht. Es gibt noch eine zweite Entscheidung, die machen wir gesondert. Das betrifft diese Thumbnail-Thematik. Auch eine interessante juristische Materie, wie ich finde, dass hier eigentlich Äußerungsrecht klassisch, wie gesagt, jedes Gericht immer ein bisschen anders. Ich kann die Rechtsprechung von Hamburg hier aber gut mitgehen. Scheint mir irgendwie stimmig. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Wie geht es weiter? Wir werden ja bald keine Gerichtsentscheidungen da mehr sehen. Wobei, das stimmt ja gar nicht. Wobei, das ist natürlich auch ein cooler Kommentar hier. Scheinbar mit Terroristen zusammenarbeiten darf man richtigerweise nicht behaupten. Aber zuzugeben, Rechtsradikale zu unterstützen, ist okay. Wie kommt man auf so unterschiedliche Maßstäbe? Ja, aber jeder Mensch sieht das halt anders. Also, in Braunschweig-Vorgericht wurde halt gesagt, naja, Rechtsradikal kannst du ja für dich selbst entscheiden, wer das ist und wer nicht. Und das war deren Argumentation. Und Hamburg hat halt gesagt, naja, Terroristen sind halt Leute, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Das ist so dieses Allgemeingängige. So hätte es Braunschweig auch machen müssen, aber nur KuchenTV macht nichts mehr. Von Shoyoka wissen wir es nicht. Also, bleibt abzuwarten. Und laufen ja auch noch andere Sachen. Die Sache von Tobias Hoch läuft noch. Ja, da beenden wir hier auf jeden Fall das Video. Ich will jetzt kürzer gucken. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Cool nochmal, so eine Einordnung zu haben, auch wenn es ungefähr zwei Monate zu spät ist. Ja, aber naja, ist dann halt so. Wir gehen mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.